Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 4,7 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, schnallen Sie sich fest an, steht auf der DVD-Hülle. Wie wahr? Der Film ist der schnellste, den ich kenne. Ferner geht ein Feuerwerk von Spezialeffekten auf einen nieder. Nach etwa einer Stunde kann man sich nicht mehr dagegen wehren. Man sitzt da und lässt es über sich ergehen. Was soll man auch machen? Der Sound tut ein Übriges. Ob Fahrstühle in die Tiefe rasen, Autos durch die Luft fliegen oder U-Bahnen entgleisen, immer ist dies auch mit entsprechendem Sound begleitet, der die Wände erzittern lässt, denn auch die Risse sind ständig voll ausgelastet, sodass man wirklich denkt, man sei dabei. So wie in diesem DVD-Werbers-Spot, wo sich ein Mann Glasschorben von der Schulter wischt. Das Bild im Whitescreen-Format ist ebenfalls hervorragend, die englische Tonspur in 5.1 ist auch vorhanden. Was will man mehr? Extras? Da lege ich persönlich nicht so einen großen Wert drauf. Das Nicht-Vorhandensein derselben finde ich daher nicht so tragisch. Fazit, wer sich einen spannenden Action-Abend zu Hause machen will, um danach erschöpft ins Bett zu fallen, sollte Speed in den Player legen. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung. Danke für das Richter. Vielen Dank.